Hallo meine Freunde, hier ist ein neues kleines Video von mir Am Start, ich will euch mal kurz einen kleinen Clip zeigen, ich habe gerade ein bisschen Team Deathmatch gespielt noch und dann bin ich komisch gestorben Egal, ich finde eigentlich der Sniper gerade recht gut abgehauen recht gut abgehauen, ja, recht gut abgegangen ich spiele letztendlich fast nur Sniper aber jetzt ist ja nicht die Sache, worüber ich reden will Jedenfalls, das ist jetzt kurz, ich will euch den kleinen Clip mal kurz zeigen ich finde ihn ein bisschen mysteriös weil der irgendwie... ich hatte gerade meine schöne Dreierquote und dann sowas Also Leute, zieht euch einfach mal kurz rein, dann werdet ihr gleich sehen was ich meine und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Ciao